Ja, hallo Freunde, das ist der Schmeier. Heute ist es ganz gut. Ich bin der Psychologe und ist mein Video-Blog rund um die Themen Dating-Beziehung und Liebe. Ja, kannst du einsteigen. Selbstwibro-Challenge, Mann nicht-Challenge und den neuen Dramakurs. Und natürlich alles andere, was es sowieso immer gibt, bei mir auf Liebe.de. Und ja, heute haben wir mal etwas jüngere Zuschauerinnen, ich glaube Anfang 20, aber mit einem sehr häufigen Thema, glaube ich, dass der Ex noch irgendwo rumspukt im Hintergrund und das neue Dates stört. Und sie schreibt, du kannst mir auch solche Nachrichten schreiben über ein Formular auf Liebe.de. Hallo Christian, ich bin 25 Jahre alt und war in einer toxischen Beziehung, aus der ich viele Anläufe gebraucht habe, um rauszukommen. Es ist zwei Jahre her, dass ich Kontakt mit ihm hatte, also ihn gesehen habe. Ja, das ist schon wichtig, weil wir jetzt feststellen werden, es gibt noch Kontakt. Kontakt und ich sage ja immer wieder, toxische Beziehungen, null Kontakt forever irgendwie und wenn es irgendwie möglich ist. Und alles andere, ja, macht man sich was vor, man bleibt irgendwie so ein bisschen junkie. Aber schauen wir mal. Genau, also nicht gesehen in einer Beziehung durfte ich mir anhören, wie kacke ich sei, steht hier so, dass ich nichts könne und viele nicht schöne Dinge. Ich wurde beschuldigt, ja, etwas Schlechtes bei ihm verursacht zu haben, obwohl ich nicht mal anwesend war und er einen Fehler gemacht hat. Es gab so ganz viele dumme Vorwürfe. Ja, das ist diese Schuldumkehr. Dann habe ich zuvor versucht, mich zu trennen, doch er beschwor jedes Mal, dass er sich ändern würde und ich der einzige Mensch wäre, mit dem er noch Kontakt habe. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, was das für ein Argument ist, aber ja, mit dem Ändern, dass gerade Leute, die vielleicht Eltern hatten, die immer gesagt haben, dass sie irgendwas ändern oder aufhören zu trinken oder ich weiß nicht was, kennen dieses Problem vielleicht, dass man in einer Beziehung immer darauf wartet, dass der Partner sich ändert, was natürlich nie passiert, sonst wäre es ja nicht toxisch. So, ich war Anfang 20, mein Bauchgefühl hat eigentlich in mir geschrien, aber ich bin durch meine Muster immer wieder geblieben. Dann kam endlich die Trennung, ich blockierte ihn überall, nach der endgültigen Trennung. Dann schrieb er mir über jeden Kanal, berichtete mir, er hätte Drogen genommen, dann revidierte er es und schreibt mir immer wieder mal neue Mailadressen, dass er ein neuer Mensch sei und er hätte Depressionen, Ängste etc. gewonnen. Ja, wir wollen ja jetzt gar nicht diesen Menschen beurteilen, verurteilen oder sonst irgendwas, aber er hat ihr nicht gut getan. Er war total instabil, hat Hot and Cold gespielt, war mal nett, mal böse. Und das macht ja dieses, löst halt viel Dopamin und all diese Kram in deinem Kopf aus und macht irgendwie abhängig so, so negativ das auch ist eigentlich. Aber kennen wir ja alle. Und jetzt ist natürlich hier so ein gewisser Widerspruch, dass du ihn überall blockierst und er dir aber weiter schreibst. Verstehe ich schon, neue Mailadressen, nur dann ist immer die Frage, ich meine, das ist ja, also aus meiner Sicht ist das totaler Grenzübertritt, ne? Jemand immer wieder zu schreiben, der sagt, er will das nicht. Also das ist an sich auch schon wieder irgendwie echt toxisches Verhalten so. Und es ist immer die Frage, wie weit geht man, weil du kriegst so keine Ruhe im Leben. Es spielt eine Riesenrolle, ob du gar nichts mehr hörst oder ob du immer noch ein bisschen was hörst und da zugesulzt wirst und auch dann anfällig wirst, gerade mal ein bisschen Abstand, wenn man eher so das Positive, also beziehungsweise die Junkie-Zeiten sieht und das Negative nicht mehr so. Und dann kommt wieder, ja, ich habe mich geändert. Ich habe mich so geändert. Ich stocke dich hier von immer neuen E-Mail-Adressen, aber ich habe mich geändert. Und ja, dann, ich meine, ist immer die Frage, hätte ich jetzt aber mit Anfang 20 auch nicht gemacht. Aber wie weit geht man? Und man kann ja auch mal so jemanden mal vorm Bug schießen und kann sagen, also wenn du was weitermachst, dann, ja, dann gibt es hier eine Kontaktsperre, ne? Oder auch eine Kontaktsperre machen. Es geht ruckzuck. Also dieser zivilrechtliche Teil, der geht ruckzuck. Also eine Kontaktverfügung bei der Polizei beantragen. Gibt es auch oft Beamte, die genau dafür zuständig sind. Und ansonsten gibt es ja auch noch diese Stalking-Geschichte, aber das ist häufig komplexer und die Hürde auch viel höher. Aber ja, dann auch mal einen vorm Bug zu schießen und zu sagen, hey, hör auf damit. Dann hören die Menschen auch auf. Und wenn man das nicht macht, muss man sich immer fragen, ist es nur Bequemlichkeit oder ist es auch irgendwie ein Teil in einem, der sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, weiter noch diese Nachrichten zu lesen. Ist ja auch irgendwie nett. Ich kriege ja Aufmerksamkeit. Das ist echt tricky und ein ganz häufiges Problem nach toxischen Beziehungen. Da bist du echt überhaupt nicht allein mit. So, das mit dem Drogen stimmen wir ja doch nicht. Ich habe nach der Trennung und schon davor an mir gearbeitet, nach längerer Zeit wieder gedatet und immer wieder versucht, meine Staats- und De-Breakers zu erkennen. und deinen Kurs gemacht. Dieses Wochenende, ja, also alles wunderbar. Wenn es irgendwie nicht vorangeht, das Erste, was ich mal frage, ist, ist noch Kontakt zu irgendeinem Ex. Also, man darf ja gerne Kontakt haben zu Exen, aber zu irgendeinem, der so toxisch für einen war. Und das ist, hoffe ich, der Grund, warum man nicht weiterkommt. Da braucht es gar nicht viel Kontakt. Und das ist schon Kontakt, dieses, selbst wenn du nichts zurückschreibst. Du liest es ja. Ähm, dieses Wochenende erreichte er mich nun wieder über Mail und diesmal hat es mich mitgenommen. Ja, irgendwann passiert es, da auch jetzt er mich wieder um Verzeihung bat und er nun ein anderer Mensch sei. Freunde habe, alles nicht mehr so schwarz sehe und er glücklich sei. Ja, er respektiert aber immer noch deine Grenzen nicht, ne? Ich habe das Gefühl, er schreibt das, was ich hören will. Zwei Jahre konnte ich gut ohne ihn. So seit zwei Jahren schreibt dieser Mensch noch. Auch übrigens, was viele Frauen immer so ordnen, dieses Verhalten falsch ein. Viele Frauen ordnen dieses Verhalten ein als irgendwie, der liebt sie jetzt aber so. Und das ist aber ganz toll. Und, ähm, äh, und aber wenn so ein Mann so, so lange hinter einer Frau hinterher rennt, obwohl sie eigentlich gesagt hat, sie will ihn nicht mehr, das ist nichts Gutes. Das ist, ähm, häufig auch so ein Mangel-Selbstwertgefühl oder irgendwelche anderen Probleme. Und, ja, und dann denkt man so, dass es was ganz Besonderes geht, wieder zurück und der gleiche Scheiß geht sofort wieder von vorne los. Ähm, so, also es ist eigentlich in aller Regel. Und weil Männer, die wirklich ihren Shit together haben, sozusagen, die selbstbewusst sind, die machen sowas nicht. Die sagen, ah, okay, will mich nicht mehr. Alles klar, ne, date ich weiter, kein Problem. Äh, das ist kein männlich-polares Verhalten, ja. So, äh, irgendwie holt mir das wieder ein und zieht mich so ein bisschen in ein Loch, ja. Ist halt, weil es halt so ein bisschen niederschwenkt ist, ne, aber irgendwie stehen wir ja manchmal drauf. Gleichzeitig versuche ich zu daten, habe auf der Arbeit einen Kollegen, den ich gerne mag. Ja, aber der tickert eben nicht diese toxischen Vibes an, ne. Der tickert nicht dann wahrscheinlich altes Dating-Muster an. Und, äh, das ist schon schwierig genug, aus dem Dating-Muster rauszudaten, wenn dann auch der Ex, äh, so ein Background ist. Das ist wirklich, du machst dir das Leben unheimlich schwer damit. Also ich würde da, mein Rat wäre wirklich, das Ganze jetzt mal wirklich, wirklich zu beenden. Also, dass es wirklich aufhört, diese E-Mails. Und, äh, aber jetzt ist deine Entscheidung, so, ne. Was sonst, also Alternative wäre, dass es in irgendeiner neuen Runde datet, wo meiner Ansicht nach so 98,987 Prozent das gleiche wäre, was rauskommt wie vorher. Aber so tickern wir ja manchmal im Leben, ne. Das wäre dann immer noch eine Runde, noch eine Runde. Aber guck mal, zwei Jahre Hühnerstel schon mit rum. Und nothing beats the Fantasy. Du kannst nicht, solange du noch äh, mit jemandem zu Gange bist, zu dem du liebessüchtig warst, äh, kannst du, haben neue Leute keine Chance. Keine fucking Chance. Vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen netter sind. Äh, so absurd sich das noch anhört. So, ähm, also ich weiß, dass sie mir entsprechende Signale senden, jedoch verstehe ich mich mit, jedoch verstehe ich mich super gut und vergleiche meine Dates mit den Konversationen, die ich mit ihm führe. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so hundertprozentig. Ich finde es mir witzig und irgendwie entspannt. Das war, dann habe ich online jemanden kennengelernt, mit dem schon das dritte Daten-Aussicht ist und so weit ganz gut läuft. Wir haben uns noch nicht geküsst und ich bin sehr froh darüber, dass es langsam vorangeht. Ja, gleichzeitig hältst du aber jemand, der für dich toxisch ist, im Leben, so, ne? Und da können Neue nicht gegen anstinken gehen, ne? Das, das, so ist, so ist das. Ich habe die Regel nicht gemacht, so ist es halt, ne? Äh, wir schreiben uns jeden Tag und ich habe kein blödes Bauchgefühl, wie es eigentlich in dieser ersten Beziehung hatte. Am Anfang der ersten Beziehung war ich noch unter 20 und wusste nichts über mich. Ich bin mir nur nicht so sicher, da er mich äußerlich nicht hundertprozentig anspricht, aber ich, äh, sonst kein doofes Bauchgefühl habe. Ich gehe mit ihm trotzdem auf Dates, da ich ihn verbindlich finde und aufmerksam. Ich stecke gerade in meinem Gefühlskaos und möchte halt irgendwie was entscheiden durch meinen Ex. Reißt von mir einiges auf und ich habe Angst, eine alte Muster zu fallen. Ich bin verwirrt, und welchen Weg ich gehen soll. Naja, eigentlich ist es ja klar, ne? Da jetzt endlich mal einen Deckel drauf machen auf die alte Geschichte. Und, äh, also ob du diese Neuen jetzt daten willst oder nicht, ich denke, das, äh, wird sich schon alles regeln. Ich sage jetzt auch nicht, dass du die daten musst, wenn du nicht genug Chemie fühlst, aber ich denke, das wird sich alles regeln, wenn du mal echt auf Nullkontakt bist. Das wäre mein Rat. In diesem Sinne, mach die fucking Kurse und lass mir gern, äh, unterstütz mich gern hier. Ich vergesse das immer zu sagen mit, äh, so an die 50 Prozent gucken das ohne Abo. Klick doch einmal auf dem Abo-Button drauf. Das hilft meinem Kanal sehr. Oder lass mal einen Kommentar da oder ein Like. Oder ich lebe auch ganz viel von Mundpropaganda. Gebt es gern weiter. Oder wenn ihr sagt, Mensch, immer diese kostenlose Ratschläge von Hemschi, ich lasse hier mal eine Kanal-Mengliedschaft da. Freue ich mich auch sehr. Und Dank an die vielen Leute, die das immer wieder machen, eine Kanal-Mengliedschaft. In diesem Sinne, ciao ihr Lieben. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.